Liebes Tagebuch, der Meister der Verdrehung, Alexander von der Beiden Bellen, ist wieder im Land unterwegs auf die Festspieleröffnungen, wo er seine Moralinsäure verspritzen darf und sich in die Innenpolitik einmischen. Auf jeden Fall, diesmal hat er ein paar Spitzen gebracht gegen ÖVP, FPÖ und auch gegen die SPÖ, weil es stören ihn Worte, beispielsweise Volk stört ihn oder Unsere Leute von Pablo stört ihn oder Normal, das die ÖVP gekapert hat, das Normal, das stört ihn. Weil was ist das? Normal ist ganz ein böses Wort. Präfaschistoid ist ganz ein normales Wort. Ach, Normal dürfen wir nicht mehr sagen. Präfaschistoid ist ein gutes Wort, habe ich gemeint. Und ja, ist ja ganz logisch, dass er von der Beiden das macht, weil er hat gewarnt vor den zerbrochenen Fenstern, vor der Spaltung und so weiter und da hat er ja ganz, ganz recht, weil es könnte da ja irgendwo gespalten werden, aber ausschließlich von den Populisten und überhaupt nicht von der Regierung, wo die Grünen drin sitzen. Ich meine, war da was die letzten drei, vier Jahre, ihr neofaschistischen Schwurblerverschwörungstheoretiker, ungeimpft, ihr müsst das Land verlassen. Nein, da ist überhaupt nichts gewesen. Gott sei Dank ist Van der Bellen überhaupt nicht politisch in irgendeine Schlagseite. Und Gott sei Dank tun die Grünen überhaupt nie spalten in Gut und Böse. Überhaupt nie. Ist ja nicht so, dass die Grünen das ja hauptberuflich machen würden, weil hakeln tun sie nicht so viel in der Regierung. Ach, ist ja wurscht. Alexander Van der Bellen ist ja kein Grüner mehr. Er ist ja unpolitisch, er ist jetzt einfach Wut-Opa, der auf Festspieleröffnungen seine Moralinsäure durch die Gegend spritzt. Na ja, Wut-Opa ist ja ja auch nicht. Die anderen sind ja die Wut-Bürger. Äh, versteht sich wie es meint. Erst alle Bs außer Präfaschistoide. Saga. Kennt euch hier aus. Führt euch.